Der hat sein Nest nicht zu Ende gewählt. Gold vertreibt das Dachenkumme und versetzt ihn Welt in Schumme. Hört, oder was? Hört, oder was? Hört, oder was? Tach drin, drüber. Deßig. um das wenn er ist das ist schwierig mehr erinnert wenn wir müssen anders um mit von m So, das ist das Tribute von ein paar anderen Symbolen, das ist jetzt das Blatt. Da und da. Einversiegel. Ein Drache. Ach da, den hab ich gar nicht gesehen. Das ist des Z iguales würde. Drum die Blatt 발fühl, wieder rauer. Drei um auf den plague Da. Da. Und noch ein bisschen. Ja. Okay, das brauchen wir für Hinterrache. Ja, lass mich nicht vorbei. Ich finde zwei Vorstimmungen. Okay. Hold on, I have no memory. Okay. 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 Die Fönex hat sich gegründet und wurde wieder als eine Goldene Ecke gegründet. Das war's für heute. I see. I see. Okay. Wirkt ein bisschen kompliziert im letzten Moment, aber okay. 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 Bwatt. 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 Das ist gut, was das? Das sieht noch heiß aus. Gieß ist das dritte Symbol. Das ist das dritte Symbol. Das ist das dritte Symbol. Das Vierte, ist das das Erste? So, dieses Symbol kommt voll. Das hier. Dann kommt das. Dann kommt das. Und dann kommt das auch. Das schwitzt schon mal. Ganz schön wie lecker. Hi. Du wieder. Komm zurück hier. Oh, Papp. Papp. Gesprungen wieder. Baseball. Nachtfalter. Fledermaus. Schildschote. Brechglas. Rakete. Kamm. Hut. Brille. Horn. Bowen. Whoa. physicians. Okay. So, Papierflugzeug, spring wieder Baseball, Schlägermachs, Nachtfluggerflugzeug, wo kommen wir alle vor, äh Star, dann Camp, Star, Baseball, Star, spring wieder Star, Brille, Brille die ich nicht auch habe, Becher, Becher, ich habe Bruchglas gelesen, oh ich bin so ein Idiot, was ist das? Okay, I'm Papierflugzeug, I'm Baseball. So, Schluss. Ah, da war es so ein Papierflugzeug, okay. So, da ist die Brille, heute war es eine Rakete und eine Fledermaus. noch die Rakete. Wie geht mir die Hände mit dem Öl auf den Sack? Ohhhh... Uff... Der erste Kette zu finden war einfach... Ah, lol. Okay. Was ist das? Oh Gott. Briefumschlag, kneift dann mit Brief, öffnen, aus Schüssel, Holzbein, Tee, Karabier, guckt, die Teuerung mit Maskeblatt. Okay. Fee, kann ich schon, habe ich gerade gesehen, oder? Sechsofon. Oh, ich konnte dir da zulassen, lieber. Oh, Hilfe, Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist das Blatt. Oh Gott. Oh Gott. Das war die Mütze. Ja, lol. Hm, das ist gut. Was ist mit dem armen Schiff? Wow. Was ist mit dem Holzbein? Ah, da ist das Auto. Ah, das ist ein Blutbeschlag. Da ist die Maske. Ein Bierkrug. Ich habe ihn noch ein paar Mal gesehen, ich habe ihn nicht aufgeklickt, aber ich habe ihn nicht vorgenommen. So, Bierkrupp. Hör runter, du nervst. Oh, hier geht die Tegra. Oh, die Musik ist so... Oh, da hat sie knüpft. Oh, die Musik ist so einschläfernd. Oh, Gott. Das war's für mich.